Hi, ich bin's, Vinay, Vinay Lugani. Ihr kennt mich vom letzten Jahr, vorletzten Jahr, nein, oh mein Gott, die Zeit, wie die verrennt. Ich glaube, ich habe 2020 aus dem Gehirn gelöscht. 2021 ist noch zu frisch. Also ihr kennt das, Anfang Januar schreibt man manchmal nochmal 10.01.2021. Ja, genau darum geht's. Also als Christina Erbe mich von der HSB-Akademie Leipzig anrief und sagte, wir machen wieder ein Spezialseminar mit dir, die Leute fragen nach dir. Also vielen Dank, Fans. Ich freue mich sehr darüber, dass es euch, seht ihr, da geht's schon wieder los. Ich glaube, war das 19, 20 oder 20, 21, genau, da lief das Spezialseminar zum Thema Trauer. Aber diesmal möchte ich den Spieß völlig umdrehen für euch. Ich möchte mit euch über die positiven Dinge reden. Warum? Weil bei vielen Menschen, inklusive meiner Wenigkeit, ist 2020 quasi aus dem Gehirn gelöscht. Und ich will das wieder zurückholen. Ich will, dass ihr euch an die guten Dinge erinnert, unabhängig davon, was die globale Situation ist. Lasst uns darüber reden, was bei euch im Leben tolles gelaufen ist und wie ihr diese Energie jetzt in 2022 reintransportieren könnt, damit sie für euch den nächsten Schub ist in eurem Leben. Für was auch immer. Also, ich freue mich auf euch. Bis dann, euer Vinay. Ciao.